Ähm Nein, lass mich Fehler von dir Ganz ehrlich Hätte aber auch ein Fehler von mir werden können, ganz ehrlich Aber es sind meistens zwei Hunter, also Da ist Hunter Nummer zwei Da nimm das Boah, Glück gehabt So was von Glück gehabt Boom Direkt unter ihm Wie hat der das gemacht? Wie hat der das so geworfen? Also, ernsthaft Hier hat man voll keine Deckung mehr In diesem Dummen Level Ist klar Also, ich trau das denen zu Ich geh einfach hier lang Nein Das war ganz dumme Idee Das war auch dumm Ähm Wow Lass mich Nein, G will ich Und Nimm das Wow Die sind gar nicht mal so dumm Außer das jetzt Bam Ich werde mir wahrscheinlich doch gleich die Das Sturmgewehr wieder zurückholen Habe ich gar keine andere Wahl Ja, spätestens jetzt Der sah gerade weiblich aus der Gegner So geht's natürlich auch, ne? Bam Bam Ich sag euch Ich geb euch Liebe Liebe kriegt ihr alle Allesamt Ja, ich liebe als Liebe Aber egal Ich gebe euch das, was ich verspreche Bam Alter Körper fliegen hier durch die Gegend Fetzen ins Gesicht Ich glaube ernsthaft Der Mechaniker Der dann später Wenn wir uns gerettet Haben Dem Master Chief Die Rüstung putzen muss Der wird Spaß haben Das ganze Gedärm und Tier Und was weiß ich noch nicht Alles davon runter zu sammeln Bam Ja, kommt neue Immer neue Ich stehe auf neue Körper Ich bekämpfe das ganze Verfickte Schiff hier Stopp, sag ich Ernsthaft Das kommt mir so vor Als würden hier Unendliche Wellen Auftauchen Für eine Pistole Für eine tote Tür Auch hier geht's nicht lang Das heißt Ich hätte mich gar nicht Da durchkämpfen müssen Ihr wollt mich doch Gerade verarschen, oder? Ihr wollt mich gerade echt verarschen Vier Schuss? Okay Komm ich näher gerade nicht her? Doch Wie dumm ist das denn? Armory Engineering Ja gut Fangen wir den Pfeilen Engineering Hier müssen wir lang gehen Mein Bewegungssensor sagt noch nichts Also ich war trotzdem Schiss irgendwie Lichtsicherung Glaubt mir, ich habe Schiss Der Maschinenraum, wir sind da Yo Und ich habe mich bewahrheitet Ja, die letzten Aufgaben Deaktiviert Wir können den Countdown nicht wieder starten Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren Das sollte reichen, um Halo zu zerstören Keine Sorge Ich habe Zugriff auf sämtliche Reaktorpläne und Abläufe Vertrauen Sie mir Zuerst müssen wir die Entladekupplung zurückziehen Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt Jo, ich habe es gesehen Und genau das werden wir jetzt auch tun Wir müssen die Schächte öffnen Mit den Angaben Während wir uns gegen Flood, Illuminati Äh, also Illuminaten, ja klar Äh, gegen Flat Die in den Illuminat, seinen Wächtern und allen anderen erwehren Ihr hört ihn ja auch, glaube ich, schon Wenn ich mich nicht verhört habe Ich höre es nicht so ganz genau, weil ich es leise habe Und entspannt Vor allem leise eher Und das war ja die Geschichte Richtig hier hoch Und dann da ist Level 2 Oh, wie bedauerlich I'm failing Hier geht es noch nicht lang Ob es hier jemals lang geht, weiß ich noch nicht Oh oh Geht drauf Ich lasse mich in Ruhe Ich will nichts mehr, danke So du hast Stinkt Ich weiß nicht ganz ehrlich Wie viel du hier bekämpfen musst Aber ich glaube, hier kommen unendlich Ich bin mir nicht ganz sicher Ich habe das Level-Design nicht gepachtet Ich habe es auch nicht entdeckt Und keine Ahnung Aber es kommt mir so vor Es kommt mir wirklich so vor Boah, ich habe echt So keinen Bock darauf Um mich hier unendlich irgendwo In welchen Schlacht kämpfen und so Zu messen Und Oh, ich halte die ganze Zeit nur mit Strut Mit meiner Flinte drauf Sturmgewehr Der absolut beste Freund eines Menschen Oder beziehungsweise der beste Freund des Master Chiefs Dieses Gewehr Er ist selten ein anderes Also benutzt selten ein anderes Das weiß ich Also das ist auch seine Hauptwaffe eigentlich Er ist Head Der Reine Macher Ein bisschen Schrapnel kann jedem nicht schaden 600 Schuss Hier baller ich Dein Mnur rein Und jetzt retriege ich Die Philippe Die Philippe Ein bisschen Schra vacEs Geists Nö tor Für 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 Vou